Also, hier sieht es wirklich schlecht aus. Kein einziger Regenwurm, aber dafür war in meinem Hochbeet die Schnecke aktiv. Schauen Sie sich das mal an. Ein Trauerspiel, oder? Aber haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie wichtig ein guter Boden ist für die Qualität Ihrer Lebensmittel? Nur wenn der Boden stimmt, stimmt auch der Rest vom Gemüse. So schaut es aus. Und Sie können es testen und überprüfen und zwar am 13. Juli am Hauptplatz in Pfaffenhofen. Endlich, endlich kann ich meine eigene Kochshow starten und zwar zusammen mit Julian Vogt, ehemaliger DFB-Koch. Wir werden genial regional kochen. Also seien Sie dabei, Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden wir feiern am 13.07. im Pfaffenhofen am Hauptplatz. Ich freue mich auf Sie.